Huuu! Aaaaaaahhh! Huuu! Aaaaaaahhh! Aaaaaaahhh! Aaaaaahhh! Aaaaaaahhh! Hallo ihr Lieben, wir nehmen heute Euch mit zu unserem Wochenendtrip zu meiner Freundin. Die Silke, kennt sie von meinem Präck-Video. Die wohnt ja am Bodensee. Und Und wir besitzen die. Und dann dürft ihr dabei sein, wir machen für euch einen Vlog, da dürft ihr uns mal verfolgen. Autofahrer, alles ok? Genau, ich sag nur genau dazu. Mle, alles ok? Mle guckt DVD, also hört sie uns nicht. Und ich darf Cian fragen bitte, der ist mit seinem Bruder Akan zu Hause geblieben, die haben was besseres vor. Juhu, wieder mal Stau. Ich bin bei meiner Freundin. Kennt ihr die Wand? Hallöchen! Aber heute pränke ich dich nicht. Aber ich siehe. Jaja, von wem. Jetzt kriegen wir mal zuerst leckeres Essen hier. So ihr Lieben, jetzt machen wir den Kindern mal eine Freude und kommen in ein Tropilua Indoor-Familienpark. Jonas, ist es hier schön? Emily, ist es hier schön? Keiner sagt was, ok. Sehen wir gleich, ob du die Wahrheit sagst. Wow, die sind groß. Emily, 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 zeig mal deinen Stempel. Cool. Ja, mach's mal. Guck mal. Und die Deutschlandfahnen. Und Millais-Stempel. Und Fahnen. Yo. Los. Mischi-Stempel. Und die sind großartig. Es ist cool. Oh, coi. Oh, mein Gott. Die sind großartig. Mischi-Stempel. Komm. Ich trau mich nicht, ich will auch rutschen. Willst du auch rutschen? Nein, ich möchte ein Latte Macchiato bitte. Auf die Kirche. Aber danach rutsche ich da runter. Versprochen. Vielleicht. Hey, ihr zwei Babys. Hallo Anneliese. Ihr zwei Babys. Nein, nein. Nein, nein. Schau nach vorne. Hier. Wir machen super Spaß. Mein Lieben. Ein Violettakuchen haben wir bekommen. Von Filkes Freundin. Ich hab schon gewinnert. Ich hab schon gewinnert. Nein, so lecker Schokoschaum. Einu ist ein Sklaventreiber. Einu, du Sklaventreiberin. Ich hab schon gewinnert. Ich hab schon gewinnert. Ja. Ich hab schon gewinnert. Los geht's. Los geht's kurz. Komm hol das Lazo raus. Wir spielen Capone und in Kiana. Wir sind heute wieder. Das ist so schön. Ich krabbe mich raus. Du bist so gut, Emily. Emily, wie du bist? Sie lässt sich! Die lässt sich einfach nur hängen, weißt du? Eins, zwei, drei! Auf die Plätze! Fertig! Oh nein, es reicht! Ja, habe ich geschwitzt. Die Kinder haben hier fertig gemacht. So viele Fans um mich herum gewesen, aber ich durfte leider nicht filmen. Es hat Spaß gemacht. Oh, ich bin schön! Vorsicht Kinder! Jetzt bin ich! Hilfe! Rutsche rauf! Oh! 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 Emily! Ich trau mich das nicht! Geht's? Ja! Kann ich dein Video zeigen, mein Ziel? Emily, ich trau mich das nicht! Emily, bleiben wir da unten stehen! Ja! Aber kannst du das zeigen? Ja! Emily, ich trau mich das nicht! Emily! Emily, gibst du mir die Hand! Ja! Traust du dich? Nein, weil ich will mein Ziel! Aber nur sonst traust du dich, oder? Aber warte, ich mach's los! Oh! Oh! Jetzt da! Eins, zwei! Oh! Oh! Hier hoch! Nein! Hier hoch! Hier hoch! Emily! Willst du einfach raus? Hier hoch! Hier hoch! Viel Spaß! Hier sind unsere Kinder! Wer hat sie entführt? Ja! Weg! Wir wollen jetzt heimgehen! Jetzt gehen wir heim! Jetzt reicht's! Seke, hast du Deutschland-Trikot? Ja! Passt mir! Wie angegossen! Das gehört dir nicht! Das gehört Tamilei! Und was macht ihr hier? Habt ihr ein schönes Leben, oder? Wir sitzen am Laptop! Lecker! Regen schlecht im Wetter! Ja, wir haben einen schönen Tag gehabt! Echi Bechi! Wir haben Regen gehabt! Was hast du uns gekocht? Was ganz leckeres! Polentame mit Käse und Schmand! Cool! Was ganz einfaches, leckeres, traditionelles! Und das ist das, was wir uns gekocht haben! Das ist Auberginen-Salat! Lecker! Silke, ich bleib bei dir! Gerne! Danke! Silke testet das Make-Up-Teil hier, was wir von der Glossy-Box rausbekommen haben! Cool, ne? Also, es fühlt sich echt gut an, aber... Jetzt bin ich müde! So ihr Lieben! Jetzt kommen wir zum Abschluss! Der Tag war lang! Wir haben viel unternommen! Im Video haben wir sogar gedreht! Und jetzt sind wir müde! Wir sind schon abgespielt! Ja! So! Egal! Wir sind immer hübsch! Da drüben sind die Männer an ihren iPads! Kinder sind im Bett! Der Paul! Binu Paul! Das ist der... Das ist der Verrückte! Genau! Also! Gute Nacht! Tschüss! Gute Nacht! Gutes Nächtsle! Gutes Nächtsle!